Einen verloschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zur Fortsetzung und damit auch zur dritten Folge von Minecraft Murder Mystery am heutigen Tage. Beziehungsweise am selben Tag, falls ihr das letzte Video nicht bis zum Ende geguckt habt. Erstens, schämt euch. Zweitens, beten und rettend nachholen. Guten Tag, Sir. Äh. Oh, Deadpool, 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 Deadpool. Deadpool. Skull King. Deadpool. Oh, Junge, Junge. Also, Agent 1117 entgeht natürlich mal wieder nicht. Oh, 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 da vorne ist er, da vorne ist er. Ich habe nur 5 Gold, mir fehlt noch ein bisschen was. Aber, Agent 1117 ist nun mal wieder im Einsatz. Ähm. Ich glaube, der hier ist Detective. Is Deadpool. Yes. It's Deadpool. Ja, ähm. Ich glaube, jetzt... Junge, wer macht denn sowas? Also, mal ganz im Ernst. Wer wählt denn solche Knalleffekte als Win-Ding da aus, ne? Hier oben kann man eigentlich... Guten Abend, Sir. Der Typ ist mir nicht geheuer auf Wiedersehen. Mit ihm möchte ich keine Nacht alleine verbringen. Vor allen Dingen nicht, weil der Typ noch eine Maske auf hat. Sehe ich ja nicht mal, wer da runter steckt. Am Ende ist es noch Hewi. Ach Gott. Ich will keinen Trauma haben. Bitte nicht. Oh, oh. Der Typ, der Typ, der Typ. Ähm. Blue. White. Boy. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Moment mal. Wie sieht der im Gesicht aus? Hä? Ich sehe ihn nicht in der Tab-List. Ja, hier. Hab Spaß mit deinem Vogelspinn. Äh. Wo ist der Typ? Okay. Jetzt ist es ruhig geworden. Zu ruhig. Was macht der? Okay. Nee, hier ist er nicht. Oh. Junge, Junge, Junge. Wir müssen einst nach oben. Was? Aber hier drüben... Hier oben ist gar nichts. Wir sind es auf der Brücke, aber... Hä? Ich wollte mich doch veräppeln. Wo ist denn der Typ? Fliegt der oder was? So. Jetzt habe ich einen Bogenschuss zur Verfügung. Komm, zeig dich. Zeig dich. Wo bist du? Feuer Rubin? Was für ein Feuer Rubin? Hä? Der... Was? Was? Oh, Junge. Sehr gut gemacht. GG. Aber dieser Typ mit dem Feuer Rubin... Das war einfach Trimax Undercover, wette ich. Und mal wieder unschuldig. Wie auch sonst. Ich bin immer unschuldig. Guten Tag. Oh, ich will auch Casino spiele. Guten Tag, Sir Knossi Faker. Mann, greifen wir heute viele YouTuber hier. Ah! Ich habe die Mikrowelle gehört. Wer macht sich denn da... Baguettes... Überbacken in der Mikrowelle. Lecker. Oh, das kann ich auch gleich mal erzählen, wo es mir gerade so einfällt. Ich habe mir heute Baguette im Ofen gemacht. Und so schlau wie ich bin, renne ich jetzt der Po hinterher, weil er es sicher nicht ist. Ähm, habe mir ja zwei Baguettes im Ofen gemacht. Auf Backpapier. Ich mache sonst immer ohne Backpapier. Ja, hätte ich auch wahrscheinlich lieber ohne Backpapier machen sollen. Okay, hier schläft einer. Den wollen wir nicht stören. Okay, der Frosch ist es schon mal nicht. Mit der Unterhose ist es schon mal schön. Ähm, dann habe ich mir... ... das erste Baguette rausgenommen. An sich alles gut. Außer, dass der Detective tot ist. Da müssen wir mal fix runter. Okay, Monsieur. Irgendwas. Äh. 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 Hier. Nein. 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 Geh weg. Moment, wie heißt der, wie heißt der Typ? Landrott. Ja. Yes. Nein. Oh Gott. Der Typ. Mein Bohn. Nein. Lauf, Teddy, lauf. Lauf, Teddy, lauf. Wo ist er auch da drüben? Mist. Mist, nein. Nein. Okay. Ich habe noch einen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich darf dich immer gleich abschießen. Ja. Ja. Agent 1117 ist mal wieder back. Im Einsatz. Ganz schön viel Arbeit hier für einen Agenten wie mich. Muss ich mich mal auch ein bisschen hinsetzen. Ja, geht doch schon mal vor. Ich komme gleich hinterher. Meine Güte. Heute nur am rumlaufen. Ja. Meins und deins. Wir wollen ja teilen. Ich hätte es dir natürlich nicht weggeschnappt. So. Danke einmal zur Pizzeria. Das ist nicht die Pizzeria. Der Typ will mich doch verarschen. Okay. Der Typ ist es, glaube ich, nicht. Der hat mich schon... Okay. Jetzt hat er wahrscheinlich wen anders umgebracht. Es könnte aber genauso gut jemand anderes gewesen sein. Zu dem Punkt. Ich würde sagen, wir springen einfach in die nächste Runde. Und da ist wieder der unschuldige Agent im Einsatz. Hallihallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bringen wir mal einen Mörder um die Strecke. Eigentlich wüsste ich ja gar nicht, dass es Mörder gibt, weil ihr ihn noch gar nicht zugeschlagen habt. Aber da ich ja hellseh... Was bist du denn für ein 31er? Vor allen Dingen, ich wusste ihn nicht, weil das was geht. Wer weiß denn sowas, bitte? Oh, das ging ziemlich schnell, muss ich sagen. Ähm, wir müssen eins nach oben. Sorry, der Teddybär. Ja, äh, das ja auch. Ähm... Agent... 1117. Ne, 1117, bitte. So. Bitte. So. Ja, der denkt sich doch, I'm lag. Ja, ich weiß, dass du ein einziger lag bist, ne? Aber Agenten haben kein lag. Wieso Agent? Insider. Wenn ich, wenn ich, wenn ich Ihnen das erzählen würde, müsste ich Sie leider töten. Und Sie? Wenn ich Ihnen das erzählen würde, müsste ich Sie leider töten. Den Versuch würde ich gerne sehen. Oh, Mann, Alter, der denkt doch sowas von, dass ich an der Klatsch hab. Oder dass ich Mörder bin. Ach, der macht sich schon Lust über mich. Wer ist Mörder? Äh, also nie Mörder. Ja, äh, gut Deutsch. Keine Ähnung. Ich weiß es nicht. Aber wir können es ja mal, ähm, herausfinden. Dazu, ähm, brauche ich mal eine Waffe. Ich hab nur viel Gold. Was ist mit mir los? Ich, ich bin nur am, ähm, untersuchen. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ich glaub, ich bin zu dumm zum Karten lesen. Hä? Gibt's da noch ein Geschoss? Was? Wo muss ich denn da langlaufen? Hier hinter? Nee, und dann links. Und der Boy könnte es gewesen sein. Aber ich weiß es nicht. Hä? Die sind wahrscheinlich alle zu dumm, oder? Hallo? Und da hab ich ihn. Finde und töte den Mörder. Mach ich. Dazu muss ich ihn aber auch erstmal finden. Äh, okay. Ich glaub, das mit dem Finn hat sich, also zumindest der herausfinden. Wer es ist, hat sich erledigt. Guten Tag. Da ist er. Ich hab ihn gesehen. Ich hab er grad nicht aufgenommen. Weil ich, ähm, 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 ja, Speicher sparen wollte. Da, der Typ war es, wollte ich natürlich sagen. Weil meine Undercover-Agenten ihn natürlich sofort ausgeschalten haben. Das machen die eben. Detektiv 12%. Ich hab grad schon mindestens, denke ich, mal 10 Runden gespielt. Wie kann das denn sein? Es ist nur 12% des. Ich leg Beschwerde ein. Mh, na, was haben wir denn da? Ich bin unschuldig. Hoppala, verlesen. Unschuldiger. Das ist die Steigerung von unschuldig. Rechtsklick, um dein Schwert zu werfen. Vielleicht hätten wir das so programmieren sollen, dass auch wirklich ein Hotkey angepasst ist. Weil auf Rechtsklick ist bei mir Sprinten. Und tschüss. Oh, wie schade das, dass hier niemand sehen kann. Und dich Alex ist. Oh Mann, ich werd schon. Ich hab hier wieder die besten Detektive, ne? Ist mal wieder hier wunderbar, wie mein Speicher voll ist. Und ich erstmal neu starten durfte. Und kurz was löschen musste. Aber jetzt... Tschüss. Alter, so ne Frechheit hier. Haut dem hier einfach das Ding vor der Nase zu. Also, so ne Frechheit hab ich ja schon lang nicht mehr gesehen. So. Ich würd sagen... Der Detektiv hat das Spiel verlassen. Okay. Und ich würd sagen... Der Detektiv tut auch das Spiel weiterhin verlassen. Na, komm doch raus. Na, komm doch raus. Na, komm doch raus. Hallo. Na? Zu schade, dass er gedroppt wurde. Moment mal. Ähm, ich glaub, ich tu mich mal kurz hier ein bisschen... Nein. 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 Um Gottes Willen. Wo kommst du denn her? Am besten kommt hier noch gleich ein Dritter. So. Na, wollt ihr euch den Bogen holen? Ne. Okay, dann bleibt er liegen. Vielleicht kommt dann noch gleich jemand vorbei. Anscheinend nicht. Na, wollen wir mal hochgehen? Wir besuchen mal die Leutchen hier. Geht's hier hoch? Ne, hier geht's nach unten. Hi. Don't mind me. Ähm. Ne. I'm just hopping on the throne. Danke für die Information, Monsieur. Auf dem... Moment, es gibt ein Thron? Hä? Es gibt... Hä? Was? Junge, was bist du denn für ein Random Killer? Och, Junge. Zum Kotzen ist das hier. Was für BG, Alter. Also, das... Ne. Tut mir leid. Das gibt einen Eintrag ins Klassenbuch. Und deine Eltern werden informiert. So geht das hier nicht weiter. Wenn euch das... Ja. Gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Falls ihr diese Steine dort hinten auch mögt, dann lasst eine positive Bewertung auf dieses Video da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Und ciao. Leute. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.